Trick or Theater? Was für Theater, Alter? Trick or Tree, du Jockel. Achso. Was geht ab, Leute? Hier ist wieder der Allerbesser von der Pool mit Gedudel. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder den Granny Simulator. Mit am Start ist, wie immer, der Kraft Pudding. Hallo. A.K.A. Marvin. Genau. Wir haben jetzt noch hier ein Level zu spielen und dann haben wir alle ausgetestet. Wir haben noch keinen Plan, was uns so großartig erwarten wird. Ich bin das Enkelkind und muss die Oma darin hindern, ihre Aufgaben zu erfüllen. Mal sehen, ob mir das Ganze gelingen wird. Creepy Time mit Halloween, Kinders. Halloween. So, erstmal hier ein paar Schlüssel grabben. Grab the keys. Was muss denn die Oma jetzt gerade machen? Einmal Schmucker und mein Ex und mein Mehl zusammensuche. Oh, schade. In der Toilette ist nichts. Okay. Da wollen wir dich natürlich dran hindern. Lol, Oventime? Ja, ich bin schon fertig, XD. Ja, aber du hast doch bestimmt noch mehr Aufgaben. Bestimmt. Ah. Naja, Leute. Aber solltet ihr die letzte Folge verpasst haben, dann schaut einmal in die Videobeschreibung. Dort ist das letzte Video verlinkt. Das war eine sehr interessante Runde. Oder was meinst du, Marvin? Das war too much, Alter. Nein. Lol. Wirf dir erstmal hier mit einem Suppenlöffel nach mir. Wo bist du? Hä? Hast du dich jetzt so gut versteckt? Oma? Nee, Sohn, geh weg von mir. Komm jetzt her, Omi. Au. Oh nein, wie du weggeflogen bist. Das denn, ey. Nur wie kann ich jetzt... Ah. Dich aufhalten, diese Kekse zu backen? Ich darf irgendwas reinschmeißen. Nein. Mein Oven, Ruhe. Lol. Da steht zwar die ganze Zeit oben. Nein. Aua, Oma. Naja, Oma, ich geh jetzt mal raus in den Garten. So, hast mich jetzt so weit gebracht. Ja, geh doch. Okay, okay, mach mich schon vielleicht. Dann bleibst du da gerade raus so. Pack deinen Koffer und geh... Omi! Ah! Genau deinen Hintern erwischt, Omi. Was? So. Ich frage mich noch, was passiert, wenn die Kekse fertig sind. Ich konnte dich jetzt nicht daran hindern. Oh. Oh nein, 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 nein. Ich steppe auf den Time. Ja. Musst du jetzt die Kekse irgendwie rausholen? Pff, da sind keine Kekse, die ich raus holen soll. Was musst du gerade machen? Let's put some on Harry candy or a thing of a crap to cookies to buy crap to for candy. Hä, das ist never nirgends Kekse. Captain Blow full of candy upstairs to room. He he, Oma, he he he. Lol. Lol, dein Ofen brennt, Oma. Crap. Omi. Omi, Feuer. Oma, dein Ofen brennt, Omi. Omi, dein Ofen brennt. Halt's mal ohne. Ja, aber dein Ofen brennt doch, Omi. Hä, ich weiß nicht. Ach, doch hin. Omi, dein Ofen brennt. Oh, nee. So. Nein, ich geh weg. Ich geh in den Keller, Oma. Ich geh, ich wollte dir doch nur mitteilen, dass dein Ofen brennt, Omi. Es tut mir ja leid. Alter. Die ganze Küche brennt. Omi, was musst du da? Du musst Feuer löschen. Ja, du. Also, Feuerlöscher steht irgendwo, äh, da hinten. Ich hatte schon. Hey, warum brennt es jetzt hier? Ich hab doch dort schon gelöscht. Na, Omi. Da musst du jetzt mal dich dran halten. Och. Hm, okay. Scheinbar ist jetzt der Ofen aus. He he he. Omi, was ist denn jetzt deine Aufgabe? Kann ich jetzt? Ah, okay. Omi, du musst doch deine Aufgabe erledigen. Okay, du klar. Und ich will dir nur sagen, dass du wenig Energie hast, Omi. Und was? Let's put some Halloween candy out of the trick or theaters. Was für Theater, alter? Trick or tree, du Jockel. Achso. Oh, Mann. Find ich schon so ein Point. Captain Bull of Hall of Candy. Upstairs nur oben. Ja, da müssen sie irgendwo Candy sein. Oma. Hier stehen aber auch keine Heiltabletten rum, ne? Hm, hm. Vielleicht bist du einfach nur zu blind, um sie zu finden, Oma. Hast du denn noch wieder deine Brille angezogen? Ich habe sie schwächer. Ja, ich weiß. Und deswegen frage ich, ob du deine Brille wieder angezogen hast. Oh, oh, oh. Omi, wo? Hehehe, Omi. Aua, 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 aua. Ey, natürlich meine ich, ich hoffe ja, es geht dir gut. Geht dir denn gut, Oma? Nee, ich habe noch nicht mal meinen Taser gefunden. Ein Taser lag von der Küche, Omi. Was ist los mit dir? Komm, gib mal die Tablet. Ach Gott, Gott. No, Omi hat sich wieder ein bisschen Energie dazu gekauft. Put the ball on, was ball on the front step? Front, Treppe. Omi. Schau mal, was ich habe. Gah! Oh, lol. Oh, nee, 9 HP, oh, nee, oh, nee. Omi. Steh doch auf, du altes Klappergestell. What will you do, Omi? Ach, da rafft er doch auch um wie so ein Ninja, ey. Ich bin ja auch ein Ninja, schau mir den Skin an. Oh, no. Aua. Hilfe. Omi, was ist denn jetzt schon wieder los mit dir? Gas! Lustiger Affe. Oh, nein. Hast du eigentlich den Affen unter deiner Treppe schon gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den so gekauft habe. Äh, Omi. Was? Ich hänge hier unter der Treppe fest. Bitte, hilf mir mal. Echt jetzt? Ja. Ja. Nein, ich bin wieder frei. Hi. Oh, nee. I take the brat fun to your cup. Gas! Wie wäre es, wenn du dich mal wieder versuchst zu heilen, Omi? Das macht ja so gar keinen Spaß. Hier sind ja auch nirgends Tablette. Geh weg. Nein, oh. Omi hat mich wieder vergiftet, aber sie tritt mich Gott sei Dank nicht weg. Du Hotslöffel. Ah, nein, Omi. Ja, ich habe mir das effizienter vorgestellt. Und ich könnte dich direkt töten, Omi, aber ich tue es nicht. Weil sonst wäre es ja noch so spannend. Dann geh weg von mir! Oh, lol. Ich weiß ja nicht, was du überhaupt kannst, Omi. Ich bin verwirrt. Ja, dann tu was. Was musst du denn so tun? Äh, wo bist du? Draußen. Komm mal rein. Nein. Bitte. Äh, meine Pfanne. Ja, ich komme rein. Was möchtest du denn, Oma? Von wo kommst du? Links oder rechts? Von der Garage. Okay. Was hast du? Hast du irgendwas Süßes für mich, Omi? Ja. Okay, da bin ich mal gespannt. Steh! Oh, was? Was war das denn? Omi? Hätte ja klappen können. Lop. Geh jetzt weg. Nein, Omi. Ich will spielen mit dir. Warte kurz. Oh, lol. Warte mal. Jetzt habe ich die Pfanne. Nein, geh weg mit... Nicht mit der Pfanne. Hey, du bist wieder zu Portal hier unterwegs. Aber eben bestimmte Stelle war es besser weggeflohen. Hä? Jetzt sind die Kicks of ammo. Hä? Lol. Ich verstehe das, ey. Was? Na, dann lasse ich dir doch ein bisschen Zeit. Oh, no. Find the cave in the backyard. And place the cookies on nothing. Drop the cookies. Okay. Bring mir auch das Spiel. So, so. So, so. Hau jetzt auf. Weißt du, Oma, ich studiere noch nicht mal irgendwas und du willst mich hier die ganze Zeit wegdrehen. Das finde ich aber nicht so nett. Ja? Die Pupp hat sich... Was denn? Dann komm, Oma, guck doch. Was denn? Die Pupp hier. Ja, der lebt ja noch, um mich wegzutreten. Das war aus Reflex statt, ich kann mit der Interge agieren. Nein, du, da gehst nur mit mir, Omi. Die bewegt sich, Alter. Ja, ich glaub, du musst auch der Puppe die Kekse geben, oder? Nee. Nee. Jetzt fahr doch auf. Was steht denn bei dir als Aufgabe? Ja, der Kiki, äh, zickis. Guck dir mal die Puppe an. Die jetzt bewegt sich irgendwie übel. Äh, der guck ist da, Donner, find the cave in the backyard. Du musst ein Grab, glaub ich. Oh, lol, okay. Guck dir die Puppe an, Alter. Die ist übel entgruselig. Die Puppe ist aber mein Freund. Nee. Doch. Die schenkt mir lustige Items. Echt jetzt? Ja. Die Verräterin, Alter. Zum Beispiel dieses Wurfmesser. Verräter? Wo bist du denn? Verräter, ich geh grad ums Haus und guck nur dem Ding, ob ich's find. Du musst das noch zu einem Grab legen, oder, Oma? Ja, hier stehen überall Gräber. Oh, du Witzbold. Ja, dann komm doch mal her, Oma. Ja, ich schlaf grad ums Haus. Ja, hast du schon bei jedem Grab versucht zu interagieren, Oma? Naja, direkt interagiert bei jedem Grab jetzt nicht, aber... Also, ich glaube, ich weiß, wo das Grab ist. Ah, da bist du ja auch schon um. Heiße. Was hab ich denn hier? Ein Stein. Oma, ich kann dich mit dem Stein abwerfen. Kannst du nicht? Doch, kann ich. Aber, Oma, warum lässt du eigentlich die Healing-Pillen hier? Geh weg! Oma, du musst dich heilen. Du hast kaum Energie. Geh weg! So, Oma. Wenn du dich nicht heilen möchtest. Ich backe! Ja, dann backe doch Kuchen. Omi? Hä? Was ist das? Omi? Äh. Oh. So, ne, weiß ich selber nicht, aber es sieht interessant aus. Oma? Was musst du denn jetzt machen? Äh. Lol. Auf keinen dies. Ich will irgendwelche Kerzen wohl holen, aber... Was für Kerzen? Wenn wär's, wenn du versuchst, einfach die Kerzen hier anzuzünden, Oma. Die sind doch angezündet. Nein, sie sind nicht, nicht alle. Die in der Mitte, in diesem Pentagramm. Ach, lol. Ich dachte, ich muss jetzt extra irgendwelche Kerzen sammeln. Lol. Äh. Äh. Oma? Oma? Lol, wieso tust du das, Oma? Lol. Oma? Ähm. Ich kann das erklären. Das glaub ich nicht. Nein, aber ich hab dich jetzt am Leben gelassen, weil ich sehen wollte, was passiert, wenn das äh, finish ist. So, Leute. Wir sind auch mittlerweile am Ende dieses wunderbaren Videos angelangt. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann würdet ich mich tierisch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Abo wär sowieso nice. Vielleicht schreibt ihr auch nicht in den Kommentar. Und alle Leute, die es geschafft haben, das Video bis zum Schluss zu schauen, die schreiben jetzt in die Kommentare, Hashtag... Spooky. Ja, die schreiben jetzt Hashtag Spooky in die Kommentare, damit wir sehen können, wer von euch jetzt geschafft hat, das Video bis zum Schluss zu schauen. Und ja, Leute. Marvin, hast du noch irgendwas zu sagen? Denken immer dran. Um 8 Uhr ist der Sandmann aus. Ja. Und Viertel nach 8 Spongebob. Aber naja, Leute. Jetzt gibt's doch nicht mehr all zu viel zu sagen, außer... AHHHHH DISS LAUDE REIN ORDER NETZE DOIHKUZE DUEHKUZE GAPERS UNDONDUF! Ich bin raus! Tschüss und alle. Beste von der Bühne mit gedudeln! Tschüss! Tschüss, tschüss.